Und mit dieser äußerst freundlichen Begrüßung von Greg Hamilton begrüße ich euch zur nächsten Folge von W2K22 MyRise. Wir haben unser Championship Match vor der Tür. Wir kämpfen gegen Roman Reigns um die Universal Championship. Und hoffentlich gründen wir uns jetzt zum Champion. Also wir sind ja schon Intercontinental Champion, wobei wir nie mit dem Championship zum Ring kommen, aber das ist ein ganz anderes Problem. Wir sind jetzt hinter dem Universal Championship hinterher und warten auf den Tribal Chief. Mit seinem Universal Championship. Naja, dann stürzen wir uns mal auf ihn. Weil wir können eigentlich die Championship-Sequenz nochmal laufen lassen. Ich meine, es ist ja was, was man nicht alle Tage erlebt. Ein Match im Universal Championship gegen Roman Reigns bei SmackDown. Und introducing the challenger, from Berlin, Germany, laying in at 226 pounds, Ali! Und introducing the champion, from Pensacola, Florida, laying in at 265 pounds. Er ist der WWE-Universal Champion, Roman Reigns! Okay. This title represents the very top of the mountain here in WWE. This Universal Championship is what all superstars dreamt. Roman Reigns sagt Final Championship. Tschüss. Wir sagen hallo. Darum geht es. Und let's go. Jetzt wird ein Finisher gegen Roman Reigns sein. Oh Gott. Das bedeutet, wir werden hier nicht gewinnen. Ich sehe es schon kommen. Oh. Es kann nicht mehr sein, dass ich durch immer wieder huste, niese, whatever. Ich bin halt ein bisschen krank. Ja. Tut mir leid. Ich versuche es soweit es geht zu verhindern. So. High Risk. High Reward. Elbow Drop. Let's go. Okay. Wir greifen daneben. Kein gutes Zeichen. Deswegen stompen wir jetzt erstmal. Lion's Sword sitzt. Aber der One Count. War auch nicht so schwer vorherzusagen. Was kommt jetzt? Au. Oh. 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 Der Konter von Roman. Aber unser Konter. Wir kommen gutes Match rein. Knie-Strike combo mit dem Super King. Count Reef. Okay. schwer aufwärmen come on 2 count ne, nicht mal 2 count shit man ok, wir haben den Signature ready Knee Strike oder kommt durch aber Roman hat keine Gnade mit uns das heißt wir dürfen auch keine Gnade mit ihm haben ouch hier geht doch unser Arm interesting wow runter runter von Roman oh no was kommt jetzt ouch hat ein Signature oh, das drückt so früh recht dumm bin shit man äh, das ist noch nicht äh, tiefer easy kick out beide haben einen Finisher shit zu früh gedrückt god damn uh, interessant Roman Powerbomb geht's aus dem Ring ah, ich hab mal gedrückt oh, damit hätte ich rechnen können ok, jetzt kommt der Konter let's go he reverses it good chance for him to regain his wits oh oh at the single under sub ex ich versuche ihn mal zu stun oh, was ein super kick re-strike und setz deinen Finisher ein machen wir hä setz deinen Finisher gegen Roman Reigns ein haben wir gemacht wow, Spiel wahrscheinlich meinen die im Ring aber es steht nicht da oh, Signature wird gekontert Spear-Ansatz wir weichen aus und kontern mit dem Flash und jetzt ist der Finisher da come on super kick time let's go für einen Pin-Aus hä ok oh no Roman, mach was alright up Wir hatten den Championship, Leute. Wir hatten ihn. Alter, was ne Scheiße. Ich habe endlich meinen Koffer eingelöst. Um der neue Universal Champion zu werden. Geduld ist eine Tugend. Geilster Moment in der Geschichte der WWE. Äh, hallo? Ich hatte auch den Money in the Bank Koffer. Was ist mit dir los? Was soll das? Scrap Daddy AP? Und ich habe meinen Universal Champion verloren, ohne gepinnt zu werden. Ich will auch antworten. Ich habe meinen Koffer vom letzten Jahr nie eingelöst. Ich weiß nur, dass ich die Universal Champion habe. Ist nicht mein Job, deine Probleme zu lösen. Dann klär das. Ich gebe meine Entscheidung bekannt. Äh, okay. Und wie? Adam Pearce. Okay, dann können wir die bequatschen. Mal schauen, was er sagt. Ja, auf jeden. Äh, sagt wer? Genau. Hä, das ist doch kompletter Bullshit. Nur weil er verletzt war, verlängert sich doch nicht seine, seine Zeit. Also, das wäre ja in echt auch nicht so. Wenn sich ein echter Money in the Bank holder verletzen würde, hätte er halt Pech gehabt. So, Bullshit. So, you're not going to do anything to fix this? My universal title shot is just gone. Not necessarily. To make this up to you, I'm putting you in a rematch against Roman Reigns. Whoever wins will face Kevin Owens for the universal championship. That work? Sounds like I don't have a choice. Warum kein Triple Threat? Also, ich bin nicht der größte Fan von Adam Pearce, aber okay. Hm, naja, Roman. Naja, die beiden gehen mir auf den Sack. Wir hauen Roman Reigns weg. Und zwar so schnell es geht. Na dann. Die Winners Match ist pinfall auf. Mal schauen, ob wir den Jump hier jetzt hinbekommen oder ob wir den daneben springen. Nee, es geht. Das hast du gestanden. Ich glaube, wir haben gestanden. Let's go. Wir kämen. Komm noch mal. Komm noch mal. Yes. Die lasse unsere ganze Wut jetzt an Roman aus. Wie wir einfach gerade fertig machen sollen. Tja, Roman, so fühlt sich's an, immer falsch zu drücken, ne? Na, na, op, 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 op. Ich glaube, wir können ihn noch mal standen. Alter. Wir machen ihn gerade richtig fertig. Holy shit. So, Superkick hinterher. Und dann 1, 2, 3, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? 1, 2. Oh. Natürlich nicht. So schwer geht's bei dem Roman Reigns denn nicht? Alter. Okay, weitermachen. Weiterarbeiten. Nein, nicht Konter. Nichts. Autsch. Dürfen Roman erst gar nicht in seinen Verwaltungsmodus kommen lassen. Also bis jetzt bringen wir den Kampf super zu ihm. Nichts, so. Ich drücke immer ein bisschen zu früh. Da drücke ich zu spät, so. Äh, Formst, ne, kein Formstrike. Die Süplex. Konter. Punch. Oh mein Gott. Der Superkick kam aus dem Nichts. Äh, hallo? Hallo? Danke. So. 1, 2, 3. What? Was zur Hölle? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Alter. Also, holy shit. Roman Reigns ist ja wohl eine andere Bestie gerade. WTF. Okay, wir arbeiten an den Beinen. Aufs Gesicht. Fuck. Yes. Hey, nein. Nichts da. Nein, ich konnte er den immer zu früh, Mann. Ha. So, jetzt ist es vorbei für dich, Roman. Tut mir leid. Aber jetzt ist... Jetzt ist deine Gnaden fast abgelaufen. Das war's jetzt für dich. Superkick. Nein, nein, nicht. Nein. Oh, no. Okay, der hat noch einen Superkick. So. Ich wollte eigentlich den Reality-Checket daher machen. Das hat nicht geklappt. Alter. Wie viele Superkicks haben wir jetzt rausgehauen gehen? Ich glaube, vier? Alter. Frank. Frank, was Roman Reigns für eine Bestie ist. Naja, wir haben unsere Wut an Roman rausgelassen. Ich hoffe, ihr seid ja auch in der nächsten Folge dabei, wenn wir dann das Match gegen den Universal Champion haben, gegen Kevin Owens, der uns unseren Universal Championship geklaut hat quasi. Ich hoffe, da seid ihr auch wieder dabei. Lasst gerne einen Like da, falls die Folge hier euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, falls die neue Seite hat. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.